Das Highline Freestyle, also wo man so Tricks auf der Highline draussen macht, habe ich zu den ersten drei weltweit gehört, die das gemacht haben. Kürzlich habe ich den neuen Highline Handstand Weltrekord aufgestellt. Das ist der längste Handstand, den je jemand auf einer Highline gemacht hat. Die Zeitdiskussionale Die Zeitdiskussionale Die Zeitdiskussionale Das ist der Update- utilize der Ersbeeren eine. Die Zeitdiskussionale Die Zeitdiskussionale Die Zeitdiskussionale Die Zeitdiskussionale Die Zeitdiskussionale